Gut, finde ich fein. Gut, finde ich auch prima. Fein, finde ich auch prima. Uh, super. Also, für uns ist es nicht wie im Linienbus. Das heißt nicht, wir hätten der Vater nicht mit dem Fahrer sprechen. Ihr dürft natürlich alles sagen, was er wollte. Okay. Wie old haben die Olli? Gut, finde ich. Fein. Der Fendi vorne ist 7. Links dahinter die Aquina. Der Cesar vorne rechts. Zurück 9. Das ist 9. In der Mitte die Nana ist 3. Dann hinten links und links und links ist 7. Und hinten rechts, die Balgine ist 6. Okay. Bei der Nana merkt ihr das dann auch wahrscheinlich klar, wenn wir irgendwo aufs Recken haben, wenn wir jetzt schneller fahren, wenn es da geht, dann fängt die Tore, sich von Bremsen an. Okay. Das ist so ein typischer Junghund, der relativ viel Unzug im Kopf hat noch. Hei! Kima, komm ab! Hei! Also sie gehen es eher gemütlich an, wa? Ja, es ist jetzt so, dass es auch keine Rennhunde sind. Hei! Sondern Durenhunde. Und da merkt ihr den Unterschied einfach in dem Bereich schon, dass sie sich ihre Kraft einteilen. Okay. Also sie wissen im Normalfall, dass sie den ganzen Tag arbeiten müssen. Ja. Und dementsprechend teilen sie sich das auch von ein, dass sie eigentlich...